So, Achtung, kriegt keinen Schock, das ist die berühmte Pokeball, wie krass. Da ist einfach hausgemachte Sojasauce mit drin, Mango, Karotten, ey was ist das denn, wie krass. So, nochmal kurz, das ist das Let's Be von draußen, also ihr habt hier halt verschiedene Sitzmöglichkeiten. Wir sitzen immer am liebsten da, wo die Familie sitzt, das ist da so gemütlich neben den Kakteen und dann kommen wir rein. Ich wollte nochmal kurz eine Sache ansprechen, weil mich auch wirklich viele Leute immer fragen, Laura hast du denn schon einen Rückflug gebucht? Sojasauce Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog, nicht wundern, also falls ihr mich noch nicht kennt, hey ich bin Laura. Nicht wundern, ich habe vergessen das Intro abzudrehen, fragt mich nicht warum, aber here we go, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. So Leute, die Zeit ist gekommen, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Let's Be, das ist hier in Tamrat so ein richtig, richtig cooles Restaurant. Und zwar gibt es da wirklich Bowls, da gibt es Tacos, da gibt es, wenn ihr es gleich seht, da gibt es einfach so richtig fancy Food. Vor allem ist das halt auch alles mega, mega gesund und es sieht einfach krass aus. Es ist wie so ein Instagram Café, so kann man es schon fast nennen und da nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit. Ich freue mich wie gesagt schon die ganze Woche darauf, falls ihr mich auf Instagram folgt, dann habt ihr es mitbekommen. Ich freue mich auf jeden Fall. So Leute schaut mal hier gibt es auch so Gärgetränke und das ist quasi wie eine Art Tee und hier schaut mal da unten seht ihr zum Beispiel voll wartet was drin ist also da ist zum Beispiel Ingwer drin, Ananas, Basilikum, Limone die haben hier drei Sorten voll krass steht auch einfach bei Let's Be und ja gibt drei verschiedene Sorten und auch zwei verschiedene Größen sogar dahinten ist zum Beispiel Raspberry, Orange und Kurkuma einfach drin wir werden jetzt mal die beiden hier probieren ich werde euch jetzt mal mitnehmen ich bin voll gespannt also das soll auf jeden Fall sehr gut für den Körper sein ok ich probiere jetzt mal das mit Granatapfel Prost Oh krass das ist richtig sauer gell aber soll gut sein krass das merkt man hier voll Schmeckt gesund Schmeckt mir besser Schaut das bitte an eine Organic Rose Latte das ist einfach Kaffee und das ist rosa ist anscheinend gut bei Depression und Stress krass und hier haben wir noch einen Smoothie genau das sieht einfach so schön aus guck mal Let's Be hat sogar so eigene Bambus Strohhalme Übrigens Leute hier gibt es kein Plastik die haben entweder Bambus Besteck also kein Plastik Besteck die haben auch so Metall Strohhalme saugut und ja das einfach auch in Marokko ne das ist Hammer das ist wirklich geil Okay es geht weiter Leute Tacos mhm die haben ja letztes schon mal gegessen das sind Schrimps drin Radieschen Himbeeren dann gibt es hier noch zwei leckere Dips ist so geil auch einfach das hier das ganze kleine es fällt einfach total auf eigene Schneidebretter Oh lecker ey Mega Könnt ihr es riechen? So Achtung kriegt keinen Schock das ist die berühmte Pokeball wie krass da ist einfach ausgemachte Sojasauce mit drin Mango Karotten ey was ist das denn wie krass Okay guten Appetit würde ich sagen Musik 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 Hey Leute 17 Minuten später ne man sitzt so lange da dran es gibt einfach und man findet immer wieder neue Sachen schaut mal hier habe ich noch Mais das ist so lecker hier wirklich Und Fliege weg das ist so geil Wie ich euch schon gesagt habe hier gibt es natürlich auch Frühstück Bowls und Leute wir hauen richtig rein heute wir haben jetzt hier so eine Acai Bowl Fliege und da sind Kiwis drin, Beeren, wieder Chiasamen, Kokosflocken, Flogen, Banane, richtig lecker Ja und ich bin auch immer bei meiner Pokeball übrigens So nochmal kurz das ist das Let's Be von draußen also ihr habt hier halt verschiedene Sitzmöglichkeiten Wir sitzen immer am liebsten da wo die Familie sitzt das ist da so gemütlich neben den Kakteen und dann kommen wir rein Moment Moment Und dann gibt es hier noch verschiedene Sitzmöglichkeiten Hier wunderschöne Dekoration Das ist sau cool Und da sitzen wir heute Und ich habe ein Food Baby Leute es gibt übrigens auch Kuchen und zwar auch veganen Kuchen und mit Amlu Kuchen Ihr seht das hier Es ist einfach mit so viel Liebe hier zubereitet Raw Chocolate Geil Krass ey Und einfach vegan Schaut mal hier sind jetzt zum Beispiel die Bambus Löffel Oder Holz Löffel eher gesagt Die verkaufen auch Sachen hier Voll cool Übrigens Leute Let's Be liefert auch Das heißt ihr könnt den ganz einfach über WhatsApp schreiben Die Nummer findet ihr auf Instagram Und dann können die auch natürlich zu euch nach Hause was liefern Oder ins Hotel oder wo auch immer ihr seid So wir sind jetzt auf dem Heimweg Der Tag ist mal so lecker dort Ey ich weiß euch schaut mal Juhu So geil Und wie gesagt die liefern auch einfach Das finde ich so cool Wir wohnen ja zum Glück direkt daneben Aber ja es ist so schön dort wirklich Und die sind alle super freundlich Und es wird auch auf Hygiene natürlich geachtet Jetzt gerade während Corona Die tragen alle Masken und ja Oh voll erschöpft jetzt So Leute neuer Tag ist schon angebrochen Eigentlich haben wir sogar schon zwei Tage später Ja ich wollte jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen was zum Let's Be sagen Weil es sind auch ein paar Fragen noch auf Instagram zustande gekommen Also falls ihr mir da übrigens noch nicht folgt Dann folgt mir mal sehr gerne hier unten schreibe ich mir meinen Namen hin Also Leute es ist wirklich so ein fantastisches Restaurant Viele hatten mir geschrieben kaum zu glauben dass es hier sowas in Marokko gibt Aber ja tatsächlich schon Diese riesige Poke Bowl die ihr gesehen habt bei mir Leute die kostet 10 Euro Und ich finde den Preis wirklich Klar für die Einheimischen ist es teurer Aber ich finde den Preis sowas von gerechtfertigt Ich habe noch nie in meinem Leben so eine heftige Bowl gesehen Das muss ich wirklich zugeben Krass also die Preise sind auf jeden Fall Klar sehr europäisch aber es geht finde ich trotzdem noch Also mega mega mäßig Und so ein Smoothie kostet Jetzt geht es ab hier mit den Vögeln Kostet zum Beispiel 5 Euro Genau das wollte ich noch ganz kurz sagen Also ihr könnt gerne mal da hingehen und auch irgendwie dann sagen dass ihr von mir kommt oder so Oder ihr könnt mir einfach dann schreiben wenn ihr mal dort gewesen seid und dann gebt mir mal euer Feedback Das ist wirklich einfach nur geil ich habe da gar keine Worte für Ja und Leute übrigens wollte ich euch auch noch erzählen Ich habe letztens einen Livestream gestartet auf Instagram und dann hattet ihr mal zu mir gesagt dass wir mal den Eltern von meinem Freund Also mein Spiegealter quasi mal deutsches Essen kochen sollen Wisst ihr was wir gerade machen wir machen so Kartoffelpuffer mit Kohl, Zucchinis und so ein bisschen Hackfleisch Also hat schon mal leichte deutsche Andeutungen das machen wir jetzt auf jeden Fall ich zeig euch mal gerade wie es aussieht Und ja ansonsten es ist einfach nur sauschönes Sattel wir waren gerade noch spazieren haben coole Bilder gemacht Ich lerne euch mal das Bild ein was wir heute hier gemacht haben an der Dattelpalme Voll geil Die Katzen sind wieder am schlafen das ist nämlich jetzt ich glaube ja 17 Uhr Die Katzen sind auf jeden Fall am schlafen Na gönnt euch geiles Leben Tschüss Hey mein Süßer Übrigens Leute da hat sein Ohr schon wieder aufgekratzt ne? Äh Diego? Hier was riecht so gut Alter Schaut mal Leute ich habe übrigens hier zwei mega 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 schöne neue Ketten an Ich finde die so geil aber dazu später noch mehr Nala Und Diego Achja Leute Frikadellen sind es übrigens Habt das Wort vergessen So Leute es ist schon wieder der neue Tag angebrochen Schaut mal bitte ganz kurz wie süß Kitty hier schläft Hi So ich hatte euch ja gestern schon kurz gesagt dass ich ja neuen Schmuck habe Und zwar ist der von der Happiness Boutique Weil viele viele hatten auch nach dieser Muschelkette auf Instagram gefragt Weil die hatte ich natürlich auch schon meine Story an Und zwar ist die von der Happiness Boutique wie gesagt Und ich zoome euch mal ganz kurz ran Ich finde nämlich die Ketten sind so super schön filigran Also wirklich dieser Joker hier gefällt mir auch mega gut Und wirklich es ist als würdet ihr keine Ketten tragen Ich liebe es einfach weil ich persönlich ziehe Ketten beim Schlafengehen Zum Beispiel nie aus, beim Duschen nie aus Diese Ketten hier verfärben nämlich auch nicht was ich halt voll gut finde Also die verfärben einfach nicht beim Duschen Habe ich schon alles getestet Bei der Happiness Boutique gibt es nämlich Ketten, Ohrringe, Ringe, was auch immer In Roségold, in Gold und in Silber Und genau ich will euch gleich auch nochmal die Verpackung zeigen Die finde ich nämlich auch so cool Denn in jeder Verpackung steckt einfach ein cooler motivierender Spruch drin Also falls ihr irgendwie auch noch gerade ein Vorweihnachtsgeschenk oder so sucht Ich meine dafür ist es ja nie zu früh Schaut auf jeden Fall mal dort vorbei Ich finde wie gesagt es ist einfach eine hammer mäßige Qualität Und diese Muschelkette kostet einfach nur 20 Euro Und ihr wisst wie teuer die meisten Schmuckseiten sind Und genau Das ist jetzt zum Beispiel die Verpackung davon Finde ich voll voll süß Und hier ist zum Beispiel noch ein Spruch drin Love as much as you breathe, love as long as you live Voll cool Und da habe ich mir jetzt auch noch so eine andere Kette ausgesucht Ich versuche die euch mal zu demonstrieren Das ist so eine doppelte Kette Wow Laura Und zwar geht die hier ganz normal runter Und dann gibt es noch die zweite Kette, die da drin ist Die geht halt so nach unten Also ich finde es voll schön Ich finde es voll schön, halt einfach total das Dekolleté Und hier seht ihr einfach nochmal, ja das Material Es sieht so hochwertig aus Oh ich lieb's Ich finde man sollte auch mal andere Schmuckfirmen ausprobieren Und nicht immer nur so die bekannten Schmuckfirmen Deswegen traut euch mal an die Happiness Boutique ran Ihr wisst dass ich nichts vorstelle ohne wirklich 100% dahinter zu stehen Deswegen meine persönliche Empfehlung Einen Rabattcode habe ich natürlich auch Und soll ich euch was sagen Ich habe über diesen Rabattcode für eine Freundin einfach schon was bestellt für Weihnachten Also über meinen eigenen Rabattcode einfach Und zwar bekommt ihr mit dem Code MADMOSELLAORA Ich blende den euch mal hier unten ein Ganze 10% im kompletten Online-Store Und wie gesagt die Sachen sind nicht teuer Und nochmal 10% drauf Ist hammermäßig Ich wünsche euch auf jeden Fall viel viel Spaß beim Shoppen Und ja Alle Links befinden sich natürlich in der Infobox Da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen Also falls ihr gerne Schmuck tragt Schaut euch auf jeden Fall mal auf der Seite um Und genau That's it Wir gehen jetzt auf jeden Fall Burger essen Leute Und zwar gehen wir in ein Restaurant Heute ist ganz schön viel Essen in diesem Vlog dabei Und zwar gehen wir ins Restaurant Brooklyn Burger in Agadir Ich treffe mich nämlich mit einer Zuschauerin Voll cool Wir haben uns letztens auch schon am Frankfurter Flughafen getroffen Als ich den Corona Test gemacht habe Die ist nämlich momentan auch in Agadir Und dann treffen wir uns Mein Freund kommt mit, ihr Freund kommt auch mit Und genau deswegen habe ich jetzt hier auch ein bisschen touristischer für Kleidung an Ich will bitte keinen Kommentar lesen, dass ich schulterfrei trage Ja, danke Kitty, was sagst du dazu? Die ist ganz nass Ja Ich bin auf jeden Fall richtig excited Und ich freue mich auf Burger Okay Leute, ich habe gestern wieder grandios mitgefilmt Tut mir leid, ich blende euch mal hier ein Insta-Story Video von den Burgern ein Es war so, so lecker Wirklich so unfassbar lecker dort So Leute, ich sehe heute aus wie so ein Gammler Ich hatte heute morgen ein T-Shirt an Weil es irgendwie voll warm war Und jetzt bricht Deswegen habe ich jetzt gerade einen Pulli drüber gezogen Oh, complicated Ich wollte noch mal kurz eine Sache ansprechen Weil mich auch wirklich viele Leute immer fragen Laura, hast du denn schon einen Rückflug gebucht? Also ich hatte mich ja eigentlich schon auf Instagram mal dazu geäußert Also ich habe noch keinen Rückflug gebucht Vor allem, es wird ja auch nicht verlangt, wenn man nach Marokko einreist Dass man auch einen Rückflug hat oder vorzeigt Deswegen habe ich von Anfang an halt gesagt Laura, komm, du buchst keinen Rückflug Weil wer weiß, ich hatte halt noch ein bisschen Hoffnung In zum Beispiel andere Airlines wie Ryanair oder so Dass ich halt, ja, einfach günstiger auch wegfliegen kann Weil ich muss euch tatsächlich sagen Ich habe noch nie so viel für einen Flug bezahlt Wie ich dieses Mal nach Marokko bezahlt habe Ich glaube, ich habe 250 Euro oder so für den Flug bezahlt Mit Air Arabia von Paris nach Agadir Und das ist halt schon extrem viel Geld, Leute Ja, und mit Ryanair zahle ich vielleicht Wenn es gut kommt 50, 60 Euro mit Gepäck Manchmal für einen Flug sogar Auch wenn es von Marrakesch oder so ist Aber leider bietet Ryanair noch immer keine Flüge an Das ist halt richtig kacke Und ich habe mir halt auch überlegt Gut, die zweite Möglichkeit wäre natürlich Über Casablanca zu fliegen Worauf ich hier eigentlich auch nicht so Lust habe Weil was ist, wenn ich irgendwie Casablanca dann feststecke oder so Dann könnte ich aber zumindest eigentlich nach Frankfurt direkt fliegen Aber so mein Plan ist es eigentlich Ich lege mich auch ganz ehrlich noch nicht fest Ob ich jetzt Anfang Dezember, Ende November, Mitte Dezember oder so fliege Da ich einfach Mein Ziel ist es einfach vor Weihnachten zu Hause zu sein Und Weihnachten ist erst am 24. oder Heiligabend, der gesagt Deswegen mache ich mir da echt keinen Stress Ich versuche, denke ich halt so lange wie es geht hier zu bleiben Weil ich einfach keine Lust auf Deutschland habe Keine Lust auf diese schlechte Laune und das schlechte Wetter Ich habe nämlich auch gehört von ein paar Leuten Dass man tatsächlich sogar nach Paris fliegen darf Obwohl Frankreich ein Risikogebiet ist Aber wenn man halt sowas vorweisen kann Zum Beispiel ein Bahnticket oder so Dass du halt weiterfährst und nicht in dem Land bleibst Dann kann man theoretisch noch nach Paris oder Frankreich generell fliegen Und das wäre halt mega gut Weil ich würde halt schon eigentlich gerne von Agadir direkt fliegen Ja, genau so ist der Plan Also ich habe noch keinen Rückflug gebucht, weil das musste man ja nicht Ich habe ja nur eine Hotelreservierung gebraucht Um ins Land zu fliegen und Genau, und einen Corona-Test halt Daran hat sich übrigens auch noch nichts geändert, falls ihr euch das fragt Wir brauchen doch immer einen Corona-Test, eine Hotelreservierung Hotelreservierung übrigens ist scheißegal Ob eine Nacht, zwei Nächte oder eine Woche Also Hauptsache du legst irgendeine Hotelreservierung vor Oder eine Hostelreservierung Ich hatte nämlich eine Hostelreservierung Ja, genau Leute, das ist es eigentlich Also ich weiß noch nicht genau Wann ich genau zurückfliege Und ich mache mir da auch keinen Stress Weil ich möchte echt die Zeit hier einfach genießen Ohne mir darüber Gedanken machen zu müssen Weil mir schreiben Immer voll viele Leute Ja Laura, an deiner Stelle würde ich wirklich in Marokko bleiben Hier in Deutschland In Deutschland geht die Post ab So nach dem Motto Mit dem Coronavirus Und mit den Zahlen Und 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 Ich würde gerne hier bleiben Glaubt mir Aber ich will an Weihnachten einfach zuhause sein Weihnachten ist einfach das Familienfest Und ich war zweimal an Weihnachten glaube ich bis jetzt nicht zuhause Und ich will unbedingt an Weihnachten wieder zuhause sein Ja und dann habe ich ja im Januar, Februar, März und Aprilia noch mein Praktikum Da muss natürlich auch da sein Ja So, jetzt genug gelabert Dann wisst ihr jetzt auch mal nochmal Bescheid Wegen dem Rückflug Was für Gedanken ich mir da halt gemacht habe Oder auch nicht gemacht habe Und ich bedanke mich jetzt erstmal, dass ihr das Video angeschaut habt Und Leute, wie gesagt nochmal zu den Ketten hier Links sind alle in der Infobox Und denkt dran, mit meinem Code spart ihr 10% Nur, dass ihr nochmal Bescheid wisst Und ja, also alles befindet sich in der Infobox Und genau Das war es dann auch mit meinem Video Leute, hier kommt ihr zu meinem letzten Video Da zu meinem Abo Also hier könnt ihr euch gerne kostenlos abonnieren, falls ihr Lust habt Und dann sage ich bis zum nächsten Video Ciao